So und wie ist heute mit einer neuen Runde Tagit Lite. Ich probiere heute auch in Tagit einen neuen Codec aus. Ich hoffe, dass es jetzt zumindest drucklefrei funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so eine gute Idee war. Aber ich denke und ich hoffe zumindest, dass es wirklich funktioniert. Und ich habe jetzt das ein paar Mal getestet und ein bisschen an den Settings umgespielt und so. Und es sollte jetzt eigentlich rein theoretisch funktionieren. Und ja genau, so die Query läuft jetzt zumindest auch mit der Zeit. Und es sollte zumindest schon ein bisschen was gefarmt haben. Und genau, das sollte ein passen. So kurz mal mit tpx0. Geht auch, ok. Wir drücken hier Richtung Haus. Und solltet ihr gerade wundern oder fragen, warum ich gerade so viele Let's Plays mache. Also beziehungsweise so viele verschiedene. Trove, Minecraft, King and Come. Und dann zwei, beziehungsweise sogar drei. Flivesurfer teilweise. Ja, ich wechsle aktuell nur ab. Wow, 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 lol. Alles klar, stehen halt bei mir unten. Ja, ich wechsle damit einfach gerade nur ab. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, euch lieber zum Beispiel Game A als Game B und so, dann schreibt es einfach in die Kommentare und so. Wenn ihr zum Beispiel einfach weniger Ticket sehen wollt oder mehr Ticket als irgendwas anderes und so, dann wie gesagt einfach in die Kommentare schreiben. So, Error haben wir sogar noch gesummelt, ok. Coal, Flint, Spawn, Mülleinlagen. So, 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 so. Hm, das jetzt zurück rein. Die letzten Pipes können wir kurz aufräumen. So, so. So, so. Flower, aktuell keine. Yellow. Yellow haben wir jetzt drei, ok. Ähm, genau. Ich glaub, so haben wir dann eine, oder so ziemlich alles. So. Ja, warum ist auch keiner? Kommt hier nicht viel raus dabei. So. Item Tesseract, genau. Item Tesseract, glaub ich, müssen wir noch aufbauen, oder? Wie waren das aktuell dann? Hm, oh. Ja. Das war nicht der Apfel-Eimer, aber egal. Macht nix. So, genau. Den Item Tesseract. Ich bin mir zwar sicher, wir haben ihn irgendwie schon zweimal aufgebaut. Ach, da ist wieder irgendwie aufbleiben. Ok. Mob-Farm, genau. Dann haben wir jetzt trotzdem Tesseract zu viel. Aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung. So, lagen wir das Ding mal ein. Hm. Ich schau mal kurz... Ich schau mal kurz noch... Jetzt... Hm. 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 Ich schau mal kurz vor. Ich schau mal kurz vor. Ich schau mal kurz vor. Seit langer Zeit brauchen wir echt mal wieder so... Dinge irgendwie hier schon seit Ewigkeiten stehen. Also macht nix. So, gleich. Genau. Wir können zeigen, dass wir überflutet, was das Item ist und so. So. Okay. Wir brauchen schnell ein bisschen Strom. Beziehungsweise... Wir snacken uns mal kurz kurz hier die Solatzle. So. 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 Ho!!! großer Erde ist ein bisschen Strom bis zum Target oder so. Ok. Hoffen, dass du das Ding bald Licht kriegt. bald Strom kriegt zumindest. Oh mein Gott, das dauert jetzt ewig. Wie viel Energie brauchen wir, um ein Blatt abzubauen? Wahrscheinlich unendlich viele. Oh lol. Wird nicht so schlapplitziert. War ich das? Oh lol. Ja, easy mode. Easy, das geht schon. So, dann können wir jetzt die ganze Wälder werden. Und die neue Baumfarm. Baum am besten. Warum die neue Baumfarm rein? Irgendwo, wo es auf alle Fälle nicht so laut ist. Oder wo zumindest die Lautstärke nicht stört. Wo wir Platz haben. Haben wir irgendein Kabel verlegt eigentlich? Boah. Wenn das natürlich noch jemand wissen würde. Oh Gott. Erinnerungen. Ein Block voller Erinnerungen. Oder ein Block drunter stecken die Erinnerungen. Die ganzen Dinge, die hier drin sind, sind nicht einfach nur Items-Riese. Ne, wir haben gesagt, wir wollten uns nicht verändern. Und die ganzen Autocrafting-Tabels und so. Wie ich da unten steppe. Ne, ich fange gar nicht erst an. Wir gehen sofort wieder rauf. So, und ich glaube einigen gehen uns darauf, dass wir das Ding nie wieder abbauen. Na gut, vielleicht trolling werden, aber... Zumindest... Ja, wir lassen es erstmal zu zumindest. So, dann packen wir kurz einen Tesseract. Und zwar einen... Einheit zum Tesseract. Einer des Einlages ist sowieso klar. Hm... Oder wobei, vielleicht mit dem E-Cable. Ich glaube, ich muss mich gleich regulieren. Die Mengen jetzt zumindest. E-Cable... Tesseract braucht man trotzdem. Zumindest mit dem... Energy Tesseract. Genau. Kann man überlegen. Die ME-Cable verbinden wir dann von... Boah... Von da unten ungefähr. Mal kurz überlegen. Die gehen da runter, die ganzen Kabel, genau. Ähm... Gehen wir irgendwo in die Wand rein? Mal kurz schnell schauen. Ups... Nope. Gehen wir irgendwo in die Wand rein, mal. Nope. Gehen wir irgendwo in die Wand rein, okay. So... Dann müssen wir jetzt wieder das zubauen. So... Das ist super schlau. Weil irgendwann... Ähm... Passiert dann dort... Äh... Doch irgendwann mal wieder das Let's Play. Und irgendwann schon in 5 Jahren... Ähm... Ich weiß gar nicht mehr falsch. Äh... Irgendwann in 5 Jahren oder so... Ähm... Reiß ich jetzt hier wieder auf und denk mir so... WTF ist denn da passiert? Weil das haben wir früher gebaut und so. Aber gut, macht nichts. So... Zubauen. Ähm... Wir könnten jetzt natürlich irgendwie... Ja... Besten Baum ist... Direkt unter dem Weg. So... Okay... So... So... Warte... So... Äh... Warte... 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 Dann das Teil... Genau... Das Teil bauen wir jetzt einfach mal durch. Oh lol, müssen wir jetzt, lol, wir kommen da. Shit. Ach, haben wir zu, oder? Ach nee, da war schon das Loch drin, ok. Wir haben sowieso noch Marble Brick übrig von dem her. Einmal. Und, jetzt gehen wir facken mit drin, what the fack. So genau, bauen wir jetzt einfach mal zu irgendwie. Da kommt quasi, ups, da kommt quasi leider die Daumen von mir rein. So, ah nein, da muss ich mich drauf bauen. Shit, das geht gar nicht. Nope, das geht nicht. No way. Shit. Wie weit geht das ganze eigentlich? Es geht nach rechts, es geht nach links. Mal kurz schauen. Ich überlege gerade, wenn wir vielleicht ganz seitlich reinbauen. Ja, aber wir reißen jetzt wieder alles auf. Keine sehr gute Idee, aber naja. Holy moly, was ist denn da für ein Kackloch drin? Alles klar. Wie gesagt, ich wollte zwar jetzt eigentlich nicht allzu viel dran verändern, aber... Ist auch noch mal ein Loch oder so. Überall facken kann ich wohnen, dass es hier teilweise ein bisschen laggy wird. So, genau. Könnten wir rein theoretisch da die Kabeln verlegen? Hm, so. So, so, so. Oder war das so? Ich glaube, das war eigentlich so. So, genau, da brauchen wir ein bisschen Keys. Das war, das ist schon so ein Megaprojekt irgendwie. Also, was heißt, Megaprojekt ist da nicht unbedingt dabei gerade. Aber, naja, zumindest, ähm, für uns ist es gerade aktuell. Also, weil wir echt schon seit Ewigkeit nichts mehr daran verändert haben. An den ganzen, ähm, den ganzen Sachen da. An den Wegen und, ähm, den ganzen Kabel, die wir verlegt haben und so. Von dem wir sehen, dass es schon einiges an, ja, schon ein relativ großes Projekt eigentlich. So, dann kommen jetzt die ganzen Kabel rein, die ganzen E-Kabel. So, 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 so. Genau, einmal. So, kurz das Ding abbauen. Da brauchen wir da einen Kabel, glaub ich, da war ein Kabel. Äh, so, so. So, genau. Dann brauchen wir da ein paar Kabel, dann 10 durchbauen. Ungefähr so 10 Stücke oder so. So, Kabel, ME-Kabel, bauen wir mal 25. Sind die Stranger-US sauteuer? Da sind wir wahrscheinlich sind die Stranger-US sauteuer. Aber macht jetzt nichts. So, 7 Stück. Naja, reicht mir schon nicht ganz. Warten wir noch kurz auf den Stack. Also, auf dem Ding. Da müssen wir nochmal 4, genau, das halt reichen. So. Oder, uh. Das wird... Ja, 10 Stück. Waren wir 10 Stück echt ganz gut dran. So, perfekt. Ja, der geht auch perfekt auf. Naja, nicht ganz zumindest. Genau, und dann kommt da noch irgendwie... Ja, beziehungsweise Copperstone rein. Okay, nice. Ist eigentlich relativ cool aus mit der Erde, aber wenn da kein Gras ist und nur Erde, dann scheint echt geil aus. Hm. Vielleicht zumindest mit Hotzoll benutzen. Aber gut. Genau, dann würde ich sagen, ich beendet mich mal die Aufnahme an der Stelle und sehr danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tag-It-Light-Hatsplay. Okay.